Im heutigen Format unseres allseits beliebten Vlogs geht es um einige Bücher, die jeder High Performer kennen sollte. Lasst mich auf jeden Fall mal direkt, es sei direkt von Anfang an erwähnt, lasst mich mal unten in den Kommentaren wissen, ob ihr es besser fändet, wenn ich ab und zu mal so ein paar Bücher sehr en detail beleuchte, beispielsweise ein Buch vor allem für den Bereich, ein Buch für den Bereich, oder wenn ich ab und zu einfach, sagen wir mal alle zwei Monate, so ist es nämlich Stand jetzt angedacht, in so einem Samstagsvlog einfach mal ein paar Bücher grob anschneide, die ihr euch dann, wenn ihr sagt, das kenne ich noch nicht, euch die einfach mal bestellen könnt. Also Stand jetzt ist es so angepeilt, das hier ist Teil 1 und vielleicht kommt in ein paar Wochen dann nochmal Teil 2 von einigen Büchern für High Performer. Alternativ, wenn ihr jetzt alle sagt, mach das so, dass du ein paar Bücher sehr detailliert vorstellst, kann ich mir auch mal überlegen, ob ich das vielleicht hinbekomme. Wir haben hier jetzt einige Bücher gesammelt, das Ding ist, ich habe meinen Jungs und Mädels hier in der Firma gesagt, sagt ihr mal auch so ein bisschen, was ihr bei euch zu Hause habt, denn tatsächlich habe ich die meisten meiner Bücher nur in Audible, also als Hörbuch sozusagen, weil ich ein großer Fan davon bin, wenn man mal, keine Ahnung, irgendwie sich Essen macht, wenn man irgendwo einkaufen ist oder so, diese Zeit produktiv zu nutzen, da immer Hörbücher zu hören. Für dieses Video habe ich mir aber gedacht, okay, dann nimmst du mal Bücher, die auch vor Ort sind. Das heißt, es sind nicht mal alles meine Bücher, ich kenne sie natürlich trotzdem, aber damit ich es ein bisschen anschaulicher machen kann, hier jetzt als echtes Buch. Also, ich habe es ein bisschen unterteilt in verschiedene Punkte. Hier sind so die klassischen Geldbücher sozusagen, hier sind klassische Persönlichkeitsentwicklungsbücher und hier sind drei Bücher, die so ein bisschen mehr eine Person oder eine Firma in Bezug haben, die so ein bisschen biografischer gehen, weil man dieses Buch eigentlich auch hier hinlegen könnte. Und ich würde sagen, legen wir mal damit los, der echte Jordan Belfort sozusagen, nicht DiCaprio, sondern der, den DiCaprio in dem Film spielt, der von vielen von uns das Leben natürlich geprägt hat. Straight Line Selling ist vor allem ein Buch über Verkaufspsychologie. Die sollte man aber auf jeden Fall mal angeschaut haben, wenn man sich irgendwie interessiert, vielleicht auch später mal im Investmentbanking, in der Strategieberatung, in Private Equity, egal wo, vielleicht auch mal eine leitende Rolle einzunehmen, wo man natürlich dann auch verkaufen muss, wo man Deals closen muss, wo man schnell in der Lage sein muss, Entscheidungen zu treffen, wo man den Gegenüber überzeugen muss von sich, von der eigenen Idee, von der Firma. Ich meine, er hat damit gut Geld verdient und ich würde sagen, das ist ein Buch, das man als High-Performer zumindest mal auf dem Schirm haben sollte. Zweites Buch aus dieser Kategorie, das man als High-Performer unbedingt kennen sollte, ist die Biografie von Elon Musk. Tesla, Paypal und SpaceX, wie Elon Musk die Welt verändert, ist meiner Meinung nach die beste Biografie, die ich kenne. Oder was heißt meiner Meinung nach, ist die beste Biografie, die ich kenne. Ich habe zwar noch nicht so viele gelesen, von Warren Buffett gibt es auch eine sehr gute, die von Elon Musk, finde ich, ist aber unglaublich inspirierend und zeigt einem einfach, was eigentlich möglich ist, wenn man sich wirklich mal für lange Zeit auf eine Sache wirklich fokussiert. Und dann hier noch ein Buch, was jetzt vielleicht wahrscheinlich nicht ganz so viele von euch kennen, Merchants of Debt, da geht es um KKR, für die, die es nicht kennen, KKR, einer der größten P.E. Funds der Welt, einer der erfolgreichsten P.E. Funds der Welt, also Private Equity, für die, die es nicht verstanden haben. Und als richtiger High-Performer sollte man im Optimalfall wissen, wie KKR entstanden ist, was sie so machen, was das Unternehmen ausmacht. Das ist eine gute Lektüre, falls man die Klassiker hier schon gelesen hat. Ich würde sagen, gehen wir als nächstes zu, bleiben wir hier beim Thema Geld, gehen wir als nächstes zu diesen Klassikern, wenn es ums Geldverdienen geht. Wir haben einmal, also es wird eigentlich überall empfohlen, deshalb ich wollte es eigentlich gar nicht hier aufnehmen, aber ich habe mir gedacht, komm, für die erste Folge, nimm es mal auf. Rich Dad, Poor Dad und Think and Grow Rich, beziehungsweise Denke Nach und Werde Reich, einmal von dem Kiyosaki und einmal von Napoleon Hill. Die Grundessenz, sage ich mal, ist natürlich schon auf ziemlicher Meta-Ebene. Das ist jetzt nicht wie, wenn du bei uns im Coaching mit dabei bist, dass wir sagen, mach dies, mach jenes, mach jenes und wir unterstützen dich dabei, sondern es ist ziemlich auf Meta-Ebene. Nicht so viel Kredite aufnehmen, solche Sachen, aber auch einige Sachen, dass du verschiedene Income-Ströme im Optimalfall über die Zeit aufsammelst, solche Sachen. Also da geht es quasi darum, wie kannst du selbst deinen eigenen Net Worth, dein Vermögen über die Jahre, wo du berufstätig bist, einfach maximieren. Und ich denke mal, das ist etwas, was viele von uns auch machen wollen. Das heißt, für einen klassischen BWL-High-Performer eigentlich nicht so viel super neue Sachen drin. Es ist etwas, was man dennoch mal lesen sollte, einfach um sich gewisse Sachen nochmal vor Gesicht zu holen. Also mir geht es oft so, wenn ich solche Bücher lese, du denkst dir jetzt nicht, ich wäre niemals darauf gekommen, aber dann liest du mal irgendwie was. Die geben mir dann ja auch immer so ein paar Beispiele. Ja, da hat der das gemacht, dann hat der das gemacht, der hat das gemacht. Und dann ein so ein Beispiel und auf einmal kommt dir irgendeine Analogie, die du für dich selbst anwenden kannst, auf die du sonst nicht klargekommen wirst. Und das finde ich eben sehr cool, weil ich blende euch hier oben mal zum Beispiel eine Folge ein von unserem Podcast, den Jonas und ich aufgenommen haben. Was bringen High-Performance-Karrieren wirklich? Ben stehe hier oben ein, weil das Ding ist, eigentlich ist immer, findet man ja auch auf YouTube von den gängigen anderen Coaches und so weiter, ja, eigenes Unternehmen ist der einzige Weg, um reich zu werden. Es ist allerdings so, die meisten Unternehmer sind jetzt nicht besonders reich oder so, sondern jemand, der bei einer Top-Investment-Bank einsteigt, der hat vermutlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein substanzielles Vermögen aufzubauen. Jetzt natürlich nicht hunderte Milliarden, aber schon in einem ordentlichen Bereich. Wie gesagt, sprechen wir ausführlich in dem Podcast drüber. Also jemand, der ein eigenes Unternehmen hat. Das heißt, es geht auch darum, natürlich hier in unseren Karrieren auch ein gewisses Vermögen aufzubauen. Und wenn man das noch kombiniert, also dieses Wissen, dass man auch als Angestellter gut Geld verdienen kann mit dem, was hier immer besprochen wird, finde ich, kann man sich da einige ganz coole Kombis aufbauen. Also das, zwei empfehlenswerte Bücher. Und ansonsten machen wir weiter mit den klassischen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, die jeder gelesen haben sollte. Erstmal hier, schnelles Denken, langsames Denken. Thinking fast and slow ist der englische Titel. Genau, auch da oben steht es auch. Habe ich gerade kurz überlegt, wie nochmal der Titel hieß, weil ich meine Hörbücher eigentlich immer auf Englisch höre. Geht es darum, wie du einfach Entscheidungen triffst. Das ist zum Beispiel auch ein Kurs, ich hatte in meinem Auslandssemester, hatte ich auch einen Kurs, Behavioral Finance beispielsweise, wo es auch um genau solche Themen geht. Super interessant. Teilweise hast du auch Konzepte, die du in gewissen Kursen in der Uni hast, in dem Buch drin. Das ist auf jeden Fall etwas, was man auf jeden Fall lesen sollte, um sich selbst besser zu verstehen, um eigene Entscheidungen besser zu verstehen, aber auch, um besser zu verstehen, wie man gewisse Ideen beispielsweise vortragen kann, weil deine Gegenüber sich genauso verhalten. Zweiter superwichtiger Titel ist das Buch Atomic Habits. Geht es darum, wie du, da wird sehr schön hergeleitet, wie du immer mehr dich dazu entwickeln kannst, dass du wirklich Gewohnheiten aufbaust, die dir einen möglichen Mehrwert bringen und die du auch durchziehst, weil die meisten Leute machen sich irgendwelche Vorsätze, sagen, ja komm, dieses Semester lerne ich mehr, jetzt mache ich mal wirklich Praktika, jetzt mache ich mal mehr Sport oder so und dann nach ein paar Wochen ist es alles schon vorbei. Man zieht nicht durch, man füllt irgendwie die Excel, die man sich erstellt hat für die Semesterplanung, nicht durchgehend aus, all solche Geschichten. Und wenn du das, also im Grunde so geht es darum, Tiny Changes, Remarkable Results, Atomic Habits, ein Atom ist super, super klein, du machst ganz viele kleine Änderungen und dadurch hast du am Ende des Tages sehr große Veränderungen, wenn du diese kleinen Gewohnheiten auch wirklich durchziehst. So, nächstes Buch von Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Jordan Peterson ist, was Psychologie, Philosophie angeht, vor allem im Internet auch wirklich sehr bekannt und er kann einige Punkte auch sehr gut auf den, er trifft oft den Nagel auf den Kopf mit seinen Aussagen, er ist meistens auch sehr ehrlich, das stößt natürlich einigen Leuten auf. Ist auf jeden Fall etwas, was man auf jeden Fall gelesen haben sollte, meiner Meinung nach. Und Buch Nummero 4, Principles von Ray Dalio. Kennt man als echter High Performer. Wie diese Person, wenn nicht, google es mal und dann denkst du dir, okay, Ray Dalio hätte ich eigentlich kennen sollen. Hier geht es darum, wie er sozusagen sein Leben strukturiert, egal wie wohlhabend du bist oder nicht, nach welchen Prinzipien du leben sollst, nach welchen Prinzipien du Entscheidungen treffen solltest. Auch sehr, das ist wieder ein Buch, was a, inspirierend ist, weil es, okay, das, das, Elon Musks Biografie, wurde natürlich nicht von Elon Musk himself geschrieben, aber es geht quasi um eine extrem erfolgreiche Person und das hier wurde jetzt tatsächlich, ich glaube, Ray Dalio hat es jetzt nicht komplett alleine geschrieben, aber am Ende des Tages hat es Ray Dalio geschrieben. Und das ist eine Person, wo man, wenn man, vor allem im Finance-Bereich Karriere machen möchte, nur zu aufschauen kann am Ende des Tages. Und wenn er ein Buch macht und sagt, das sind die wichtigsten Lessons, die ich über mein Leben gelernt habe, dann ist das ein Buch, dass man, wo man sich keine zwei Gedanken machen sollte, dass man es liest, wenn man ebenfalls vorhat, in diesem Bereich Karriere zu machen. Das waren die wichtigsten drei, sieben, neun Bücher oder einige der wichtigsten, neun wichtigsten Bücher, die ich jedem motivierten, zukünftigen High Performer auf jeden Fall empfehlen würde. Am Ende des Tages sei natürlich noch gesagt, ihr könnt so viele Bücher lesen, wie ihr wollt. Ohne die Umsetzung wird das nichts. Deshalb haben wir bei Pumpkin zum Beispiel jetzt auch nicht irgendwie ein Buch geschrieben, sondern deshalb bieten wir Coachings an, wo wir wirklich über mehrere Monate hinweg mit den Leuten zusammenarbeiten können, individuelle Sachen immer abklären, die Betreuung da ist. Weil am Ende des Tages hat jeder schon mal die Sachen gemacht, die du auch machen möchtest. Es ist nur die Frage, wie nutzt du das Ganze für dich? Und durch so ein Coaching kannst du eben wirklich sicherstellen, dass du auch in die Umsetzung kommst. Deshalb erzielen unsere Teilnehmenden auch solche guten Erfolge. Das heißt jetzt nicht, dass du nie wieder ein Buch anfassen solltest, nur ich würde dir empfehlen, all den Leuten, die immer nur lesen, aber nichts machen, fokussiert euch mal ein bisschen mehr aufs Machen. Lieber nur ein Buch von diesen Büchern jetzt gleich bestellen, aber mal überlegen, okay, was kann ich da jetzt wirklich machen, um mein Leben zu verändern? Und wenn du nur liest, aber sonst nichts machst, wirst du vermutlich keine Veränderungen damit erwirken. Damit sind wir dann auch am Ende von dem Video angekommen. Wie gesagt, schreibt mal unten in die Kommentare, ob ich lieber mal so ein paar Titel grob einreißen soll oder mal ein bisschen Deep Dive machen soll. Wenn du wirklich auch was verändern möchtest in deiner Karriere, in deinem Berufsleben, in deinem Studium, dann bewirb dich auch gerne mal bei uns auch auf die kostenfreie-status-co-analyse auf pumpkincareers.com, dass wir da mal wirklich gucken können und auch dir mal ein paar Sachen sagen, die du vielleicht nicht unbedingt hören möchtest, die du auch in einem Buch nicht unbedingt lesen wirst, was denn wirklich bei dir anstehen kann, wenn du ab sofort wirklich alles aus deinem Potenzial rausholen möchtest. Ich meine, wir haben das ganze Zeug gelesen und so runtergebrochen, dass es dir auch wirklich für deine Karriere was bringt. weißt du, wie du dich darauf bewerben kannst, einfach pumpkincareers.com, kurz Bewerbungsformular ausfüllen für die kostenfreie-status-co-analyse, dann findet ein kurzes Vorgespräch statt, wo wir nochmal schauen, passt du rein, bringst du die Kriterien mit, bringst du auch die Ziele mit, wenn das alles passt, dann wird ein Termin ausgemacht für die kostenfreie-status-co-analyse, wo ein Teil davon auch ist, das wird dir auch mal erklären, wie das denn längerfristig aussehen könnte, wenn du längerfristig mit uns zusammenarbeiten möchtest im Rahmen vom Elite-coaching, wenn es für dich Sinn macht, wenn du danach sagst, ey, ich hab da Lust drauf, dann können wir auch längerfristig an dieser Veränderung arbeiten, also wenn du sicher hast, das ist eine kleine Analyse. Da solltest du dich auf jeden Fall mal drauf bewerben und ansonsten freue ich mich, wenn ihr am nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, viele Grüße, euer David.